Die Triple Twins, die Doppel Twins und auch die Kids, die Teenies kennen den Vater sehr gut. Der hat mal 1900, ich glaube 67, 65 oder so in dem Dreh auf jeden Fall einen riesen Hit gemacht. Marmorstein und Eisenbricht. Welche Farbe hat die Welt waren seine großen Hits? Eigentlich kennt man das von ihm, aber was an sich kein Mensch wusste, ich auch nicht. Er hat einen Sohn. Ich hoffe nur, er weiß es selbst. Aber der Sohn ist heute Abend bei uns hier. Mit einem schönen Titel, den er selbst geschrieben hat. Text und Musik von ihm. Trafi Deutscher Junior hier mit Tiny Bells. Tiny Bells, that's in my ear. Flyin' high, it's crazy here. And see, it's my person, oh my boy. Jacket Axe, sweet perfume. And golden summer, oriented chill. Sweet surprise, nice to meet you, but it's my monkey. It's the cloud number nine, and the feeling's high. All the endless look in my direction. Baby, let me love you till morning left. All the internet's on this sweet sensation. One thousand and one nights of the land. Tiny Bells, put me in trance. And through the vent, I see her dance. And I hear her smile, so delicious I am one. Jacket Axe, seducing me. Say, is this real fantasy? Sweet surprise, I love it. And I got no fear, cause the tiny Bells keep riggin' in my ear. All the endless look in my direction. Baby, let me love you till morning left. All the endless look in my direction. All the endless look in my direction. Baby, let me love you till morning left. Baby, let me love you till morning left. All the internet's on this sweet sensation. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020